Hallo und herzlich willkommen zu einem Sims 3... Ach komm, scheiß was drauf. So, Weihnachts-Special 2015, Sims 3 Mods installieren, reloaded und ja, ich dachte mir, das ist sehr gut anlässlich blalabalaberschwart. Ohne groß drumrum zu reden, beginnen wir. Also, als erstes, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall den 7zip File Manager, habe ich den gerade hier zufällig? Moment, ich schaue eben mal nach. Schauen wir einfach nach, blablabla, Größe ändern, Speicherort öffnen. Da haben wir dann auch schon 7zip File Manager, okay, Dateipfad öffnen. Ach, egal. Ja, wenn es zumindest so sieht er aus, ich zoome hier gerade mal eben ein bisschen ran. An das Symbol könnt ihr euch halten. Oder andere Möglichkeit wäre noch, äh, wo haben wir den? Ich weiß, ich habe das Ganze mal wieder perfekt vorbereitet. Ach, suchen wir einfach mal so. Winrar. Okay, ich glaube, jetzt wisst ihr spätestens, was gemeint ist. Speicherort öffnen. Auch wieder eine Verknüpfung. Egal, hier, ich zoome ebenfalls nochmal ran. Beiden Symbole, genau. Und die könnt ihr euch kostenlos ziehen. Ich packe die Links am besten noch in die Beschreibung, weil ich ja nett bin. Ne, 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 abonnier mich. Und deswegen, ja, die brauchen wir zu folgendem oder nach, für folgenden Schritt. Ich weiß, das Deutsch ist perfekt, das muss man erstmal können. Wir können uns erstmal Mods ziehen. Also Mods, ich glaube, ihr wisst, was es ist. Es sind Modifikationen, die man irgendwie reinbringen kann. Okay, ich versuche das jetzt mal ganz viel kürzer zu halten. Wir können zum Beispiel eine Beispielseite Mods besuchen. Was glaube ich? Hier, egal, hier zumindest schon mal eingeblendet. Hier gibt es unter anderem viele Fahrzeuge Mods. Kann man hier vielleicht sehen. Der, na, 2016er Porsche Boxster GTS. Die Boys unter euch, wir wissen bestimmt, was damit gemeint ist. Ja, und für die Mädchen, ach, hübsches Auto. Also, ja, und hier können wir zum Beispiel unter, direkt unter dem Symbol, also wir können hier mal auf die Startseite gehen. Na, so sieht das aus. Warum ist hier nichts los? Ah, kaputtes Leerhaut oder so. Zumindest so wird das hier aussehen, wenn ihr euch sagt, ach, komm, hier, das gefällt mir. Einfach auf das hübsche Bild draufklicken. Dann runterscrollen und unter dem Bild finden wir Download-as-Package.zip oder Download-as-Sims3-Pack.zip oder direkt nur das Sims3-Pack. So, ich habe das erste genommen, also Download-as-Package.zip und einmal Download-as-Sims3-Pack. Ja, und? Ja, genau. Also, sobald ihr das gemacht habt, packt ihr euch die am besten irgendwo hin. Dann könnt ihr noch weitere Mods sammeln, wenn ihr das wollt. So, ich minimiere das mal eben hier wieder. Und jetzt haben wir die beiden Dateien. Also, das ist im Prinzip recht einfach. Es gibt nur zwei mögliche Arten von Mods. Nämlich einmal Package und einmal .sims3-Pack. Und lasst euch garantiert nichts anderes andrehen. Was anders ist, geht nicht. Das ist schon mal Prinzip. Und warum mache ich dieses Video eigentlich für Sims3? Ganz einfach, weil Sims4 keine Zukunft hat. So, einfach mal offen auf den Tisch gelegt. Irgendwer muss es ja mal sagen. So, jetzt, nachdem wir Sims, äh, ja, die Mods runtergeladen haben und vor allem Windows, äh, na, 7zip oder WinRAR installiert haben, äh, suchen wir uns eins davon aus. Rechtsklicken das hier einmal. Ansonsten müsst ihr direkt den 7zip File Manager mal öffnen. Oder WinRAR. Und dann hier zu der Datei navigieren. Aber jetzt an sich können wir erstmal, äh, ach, keine Ahnung. Ich hab, vor allem, das ist lustig, es wird als 7zip angezeigt, aber ich könnte es jetzt mit WinRAR extrahieren und wisst ihr was? Genau, das machen wir auch. Ah, jetzt hat sie auf einen anderen Bildschirm gehauen, die Datei. Okay, die hier bekommen wir raus. Äh, Fresh Prince 2016er Porsche Boxer, bla bla bla. Genau, und jetzt nun folgendes. Wir brauchen dann, oder nein, wir machen das mal Reihe für Reihe. Oder Schritt für Schritt, Reihe für Reihe wäre auch ein bisschen übertrieben. Das hier ist ganz einfach. Es hat ein Sims 3 Symbol und Sims 3 Packs sind quasi Dateien, die sich selbst installieren. Und was heißt das jetzt? Ganz einfach, Doppelklick. So, wie wir sehen, passiert nichts. Aber das liegt gerade, vor allem auf dem anderen Bildschirm, öffnet sich gerade erstmal Origin. Da wird überprüft, ob du das Spiel gekauft hast oder gecrackt. Wenn du es gecrackt hast, dann geht es nicht. Mua, hab ich es nicht, ey. So, was nu? So, Origin. Ich weiß sehr viel. Was hier? Es passiert nichts. Ah, jetzt so. Okay, Origin, wieder weg. Also, sobald das ist, ich hier einfach mal ein bisschen die Einträge durchklicken, damit was passiert. Weil viele haben geschrieben, es passiert nichts, sobald drauf geklickt wird. Ganz einfach, dann müsst ihr hier einfach mal ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, durchklicken, damit der weiß, aha, da passiert was. Ich kann es nicht genau beschreiben, woran es liegt, aber ist halt einfach so. Und es passiert gerade nichts. Erweiterungspacks ja ganz toll. Downloads nichts, installierte Inhalte auch nichts. Okay, nochmal ein Doppelklick. Aha, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Also, ihr wisst, woran es liegt. Ah, Mist. Und zwar, rechts öffnet sich gerade der Installer. Also, dieses Symbol mit dem, äh, Ladebalken, so wie wenn ihr, in-game, gerade irgendeine Spielwelt, äh, ladet. Der öffnet sich gerade, deswegen, äh, es dauert gerade einen Moment. Okay, bevor wir eh die Zeit verlieren, äh, beginnen wir derweile schon mal mit dem zweiten Schritt. Ich zeige euch das gleich, äh, wenn der, oder können wir das zufällig hier links schieben? Ah, ne, können wir nicht, schade. Egal, ich zeige euch das gleich an dem Bild, was gleich kommen wird. An dem Bild, an dem Fenster. Ich weiß, meine Ausdruckskunst habe ich perfektioniert. Und natürlich Level 10 in Charismal. Das habe ich alles. So, es passiert gerade, äh, naja. Ich verliere gerade mächtig die Zeit. Ah, jetzt, perfekt. Ah, scheiße, ich kann das nicht rüberziehen. Ah, was ist denn das für ein Fuck? Was ist denn das für ein Fuck? Äh, wisst ihr was? Ich screenshotte das gerade erst mal und mach was nachher da. Warte mal, äh, Paint Einfügen Speichern Computer Desktop Trollalalalalal Äh, nein, nicht pinnen, die fressen viel zu viel. Speichern. Speichern. Okay, weg damit. Also, bei mir hat es das hier gerade angezeigt, dass es jetzt erfolgreich installiert wurde. 100% Bla, bla, bla. So, das war es auch schon. Ah, 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 ah. Und ja, damit haben wir das eigentlich schon fertig installiert. Da ist jetzt eigentlich nichts mehr zu machen, obwohl wir können das ja gerade eben mal noch anzeigen. Äh, Downloads zeigt ihr hier noch an und installierte Inhalte ebenfalls. Das ist jetzt ein Objekt und das zählt wahrscheinlich hier unter, ja genau, unter den Möbeln, Objekte. Genau, und damit ist es schon fertig installiert. Dann könnt ihr einfach das Spiel starten und schon ist es einfach mit in der Galerie dort drin, sage ich es mal so. Jetzt zu den weniger schönen Sachen. Also, schauen wir mal hier. Wir haben das ja extrahiert. Äh, Porsche Boxster GTS Punkt Package. Oha, schon mal was ganz anderes. Was ist eine Package? Ja, wie soll man sagen, das sind eigentlich die Dinger, die ziemlich viel Ressourcen ziehen und eigentlich gar nicht für das Spiel geeignet sind. Und zwar, wir machen folgendes. Wir müssen die jetzt einfach in, äh, ein bestimmtes Verzeichnis legen und dazu können wir ja gleich mal, wartet mal, ich gehe mal Sips 3, Dateifahrt öffnen. Okay, genau. Hier, oder? Ist das hier? Ach nein, das dürfte unter Dokumente sein. Moment. Äh, wenn du es sehe. Genau. Suchen wir mal Media, äh, 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 äh. Ähm. Scheiße, wo ist das? Ach nee, falsches Verzeichnis. Haha, ich düssel. Nein, da auch nicht. Dokumente. Computer, Dokumente, Mak... Wo haben wir das? Electronic Arts, äh, Arts. Sims 3. Genau. Und da haben wir hier einen Ordner. Der dürfte bei euch in der Regel nicht da sein. Ihr seid ja schon andere Tutorials gemacht und euch den schon gezogen. Aber hier ist ein Mods-Ordner. Und in dem, äh, ist ein Ordner, der heißt Packages und einmal eine Ressource-CFG-Datei, in der dürfte eigentlich nichts weiter drin sein. Schauen wir mal rein. Wow, das ist an Inhalt nicht zu übertreffen. Und an den Packages nichts drin. Okay, aber wir können jetzt gleich hier mal bleiben, denn in diesem Ordner, ups, jetzt ist das hier, naja, können wir das mal ein bisschen hier, ah, das macht sich mal besser. Egal. So, in diesem Ordner, also Electronic Arts, System 3 Mods, Packages, da kommt einfach diese Punkt-Package rein. Fertig. Damit ist das installiert. Das dürfte euch dann beim Starten des Spiels irgendwann angezeigt werden, so eine Meldung, Achtung, eine Package-Datei wurde gefunden. Lösche sie schnell, befordert die Stabilität des Spiels gefährdet oder irgend sowas. Nein, das war jetzt ausgedacht, der letzte Teil, aber der Effekt ist der gleiche. Und ja, aber wie kommen wir jetzt an diesen Mods-Ordner ran? Das ist in der Regel ziemlich einfach, einfach, weil ich den schon mal irgendwo gezogen habe, und den selber, beziehungsweise nein, ich hatte in dem alten Tutorial ja auch diesen Mods-Ordner und habe gezeigt, wo man sich den ziehen kann. Allerdings ist jetzt nur schade, warum auch immer das ausgerechnet dann passiert, die Domain geht down. Also die Seite ist einfach weg und da gibt es nichts mehr. Die Domain kann man sich jetzt wahrscheinlich kaufen, ich mache das garantiert nie, ihr ja vielleicht. Und ja, da habe ich mir jetzt aber trotzdem noch den Mods-Ordner behalten und habe mir gesagt, ach Mensch, biete es selber an, weil da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch ewig bestehen bleibt. Wow, die Stimme verlässt mich gerade wieder. Egal, wir machen folgendes. MassivePlace.gymdo.com Ich weiß, niemand mag Subdomains, aber mir, ja, es geht nun mal nicht anders. So, slash extra, slash downloads. So, und da sind wir jetzt hier auf meiner Seite. Die besser ist alles andere, dass die schwarze, äh, die, die rote Schrift einfach mal jetzt ignorieren. Das ist ein kleiner Fail. Ähm, ja, da haben wir jetzt schon diverse Sachen, zum Beispiel meine Minecraft-Welt, die ist aber noch vom 9.05.2015. Dann für Nitro Speed Rivals Hut Changer, wer das benötigt, kannst du mal ausprobieren und ganz unten Sims 3 Mods-Ordner. Und da haben wir jetzt einen Download-Hinweis, bla bla bla, den Schild habe ich selbst geschrieben und in der Regel sollte es so sein, dass man erst hier auf das Häkchen klicken muss, damit man dann hier runterladen kann. Wir können ja mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt einfach ohne mal drauf klicke. Es passiert nichts. Okay, habe ich erwartet. Mit Häkchen. Passiert ebenfalls nichts. Das ist, äh, toll, weil, würde ich ja was kommt können, ich würde mir den Schritt selber machen, aber es geht nun mal nicht, deswegen, ich werde das wieder rausnehmen. Sobald ihr das hier seht, äh, ihr müsst einfach nur noch auf Download klicken und ihr könnt die Datei runterladen. Äh, ist jetzt, wie machen wir das am besten? Wir können ja mal... Oder ja, wir machen das mal beplaced.net und suchen mal nach... Äh, wir sind hier auf der Tastatur. Äh, wir suchen nach... Simstime Mods-Ordner oder sowas. Nee, 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 nee. Äh, okay, müssen wir selber nochmal schon... .net Slash Ähm Dateien... Warum... Hä, kennt ihr den Pfad nicht, oder was? Ist ja echt merkwürdig. Okay. Okay, okay, bevor das jetzt viel zu lang wird, was es eh schon wird. Also, sobald ihr da draufklickt, äh, bekommt ihr ein nettes Fenster, somit, äh, willst du die Datei öffnen oder speichern? Ihr nehmt speichern und die wird, äh, ist die gepackt? Ja, die dürfte gepackt sein, also entpackt ihr die mit, äh, 7zip oder Winrar, je nachdem, was euch lieber ist. Und da bekommt ihr diesen, äh, diesen Mods-Ordner hier raus. Und ihr müsst ihr in diesem Fad-Town-Computer, also ihr müsst, äh, erstmal eure eigenen Dokumente aufrufen, dann Electronic Arts. Moment, machen wir das grad mal. So, ihr seid dann in, ach, wisst ihr mich eigentlich verarschen? Ja, Windows halt. Ihr geht in den Dokumente-Ordner, dann habt ihr hier Electronic Arts, dann diesen 3 und dort einfach reinhauen. Und dann könnt ihr in diesen Mods-Ordner, unter Packages, wie gerade eben genannt, eure Package-Dateien reinhauen und die funktionieren dann auch höchstwahrscheinlich. Wenn das Ganze, ja, wenn ihr irgendwie einen Mod habt, den ihr mit allen möglichen, ach, hier haben wir ihn sogar noch, den Mods-Ordner, das ist praktisch, den hab ich mir gezogen und hier reingehauen. Ähm, den braucht ihr aber nicht als .zip, sondern der muss wirklich ein Ordner sein. Und, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber das ist auch scheißegal, das Tutorial war viel zu lang. Also, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt oder Probleme, dann könnt ihr die hier unten in den Kommentaren schildern, bla bla bla. Und frohe Weihnachten! Und frohe Weihnachten!